Taxi Müller, bitte einsteigen! MySports-Moderator Reto Müller macht den Chauffeur für die Hockeystars. Mit an Bord ist Lara Stalder. Die Olympia-Bronzenmedaillengewinnerin wurde zuletzt in Schweden als MVP ausgezeichnet und ist damit die beste Hockey-Spielerin Europas. Zudem ist sie ein Multitalent, was sie mit einem Taxi-Trompeten-Ständchen unter Beweis stellt. Taxi Müller mit Lara Stalder. Am Donnerstag, den 1. Oktober auf MySportsOne.